Na dann. Ähm, Azide ansehen, okay. Sammel dich mit einem Mann und außerhalb des Restaurants, okay. Hier. Ähm, soll ich den Objekte zugreifen? Okay. Und jetzt kann ich den ja werfen, oder? Oh, verdammt. Das war jetzt aber nicht so. Nochmal den Müll. Okay, dann halt doch nur ein Rohr. Gipfelt, yeah. So, sollen wir den auch noch pfählen? Boah, der hängt ja da sogar an der Wand drin. So, es gibt sogar einen Demonstration. Alles klar. So, ich hoffe, die Leute, die jetzt zuschauen haben, oder kennen The Darkness, den ersten Teil. Wenn nicht, dann... Ja, dann ist es unbedingt wichtig. Ich weiß es nicht. Nicht unbedingt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob da alles relevant ist. Kann ich den... Okay, ich kann den nicht packen. Oh, und der hat ein Bein verloren. Hehehe, unnötig. Schade, dass man die Leben nicht packen kann. Das wäre eigentlich auch noch ziemlich cool. So, A zum Springen. Jenny? Was zum Teufel? Jenny? Hey, warte! Jenny? Lügen, Lügen! Oh, falsche Taste. Ja, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, eine große Explosion. Haben Sie vermutlich nur in Kansas gehört. Okay, kann man da was Tolles mit dem anstellen. So, mit leichtem Herz kann man ihn greifen. Wir haben meine Hauptteile tun. Bin am Boden! Oh, ja. Drücke armen, gehaltene Gegner zu eliminieren. Okay, wir haben da wohl noch andere Sachen mal später. Aber am Anfang, das ist ja mal... Oh, oh. Sorry. Warum leuchtet der jetzt noch so? Ach, naja, ja. Genau, jetzt können wir so... Das erinnert mich ein bisschen an so ein Tour-and-a-half-Man. Jetzt nehmen wir mal die eine Hälfte. Hier, Kollege. Und dann noch die andere Hälfte. So, und das ist jetzt One-and-a-half-Half-Man. Oh, 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 lustig. Ja, Karton in ein Gesicht. So, entwer... Was? Um... Drücke LB, um entfernte Waffen aufzunehmen. Ah, so. Ja, aber ich habe jetzt doch den Typ gerade hier. Jo, zack. Okay. Oh, falsche Tasche. Eigentlich wollte ich auf ihn schießen, aber... Lebt der noch? Komm mal her, Kollege. Okay, der lebt nicht. Kann ich den eigentlich auch irgendwie fallen lassen? So. Wenn ich jetzt sagen will... Hey, lass dich in Ruhe. Naja, egal. Ähm... Ja, irgendwo stand doch was mit zwei Waffen. Okay, da ist der Typ. War da nicht noch irgendwas mit zwei Waffen aufnehmen oder so? Aber ich kann... Ja, nix mehr machen. Oh, noch ein bisschen Pfeil hier. Oh, Headshots gibt's auch noch. Extra Bonus für. So kann man... Ah, jetzt hier Dual-Modus. Hö, unten Schild. Auto-Schild. Ach, verdammt. Ja, Licht ist nicht so gut. Okay, es gibt bloß 1 Punkte. Ich habe auch cool. So, jetzt nehmen wir wieder unser Schild. Achim muss da mit Schild. Ist mir schon ein bisschen mies, aber... Naja. Ui, ui, ui. Klinge alle auf einmal. Ach, nee. Oder? Oh. Ich habe mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich habe erster Kado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Ich bin nicht so hart, Mann. Das kannst du dir nur träumen. Vor allem mit meinem Darkling. Oh, yeah. Du Schwein. Okay, aus meinem Kopf. Ich habe schon gedacht, aus meinem Arsch. Das wird mir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Oh, Mikro-Uzi. Cool. Und wir können jetzt das sogar dual hier so mit... Oh. Ah, wir können sogar die Seiten wechseln. Das ist mir eigentlich auch cool gemacht. Ich frage mich, was das links unten heißt. Keine Ahnung. Oh, ja. Wo steht es hin? Was geht mit dem ab? Ist hier voll Kill-geil. Habe ich jetzt die Uzi wieder hin? Ja, aber auch blöd. Was will der? Nutze den Talentschrein und verweste deine finsternes Kräfte. So, mit Essenz der Finsternes, die er durch das Töten von Feinden bekommt, kann Check-in neue, noch mächtigere Kräfte-Frescherin. Kauf jetzt das Talent Herzfresser. Okay, wir haben also nur eins. Okay, das in der Mitte was anderes auswählen können wir auch noch gar nicht. Kosten 50. 231 Essenz haben wir. Halte bei den Leichen der Feinde, um Gesundheit wiederherzustellen und Essenz zu bekommen. Na dann. Und wir haben schon eine Errungenschaft erhalten. Schaltet durch die vier Talentbäume mit Elbi und Erbi. Ach, okay, wir können aber auch... Ah, so geht es jetzt rein. Was gibt es denn da noch? Das verdient 20% Zusehenz beim Fressen eines Herzens. Und die finsternes zeigt dir den Weg zu verborgenen Relikten, sobald du nah genug bist. Jo, ich denke mal, das ist immer beides. Ist doch ganz schön. Und dann schauen wir beim nächsten Mal wieder vorweil, weil die anderen Sachen sind gesperrt. Oh, das spürt man. So, jetzt können wir hier Herzchen essen. Yum, 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 yum. Scheiße, Verschlossen! Tu mir einen Gefallen und versuch die Kiste da zu öffnen. Alles klar, Edi. Okay, wo ist jetzt hingegangen? Einfach wieder verschwunden, okay. Haha, wie mies. Hier, okay, gestützt mit so einer komischen Placke. Ach nein, ich wollte den passen. So, hier noch ein bisschen Happ-Happa machen. Okay, hier müssen wir messen. Da eischt das Herz nicht an den Beinen. Oh, 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 oh. So, da haben wir alles. Hier noch. Oh, 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 oh. Woher kommt denn der jetzt? So, und kann man denn jetzt überhaupt so werfen? Hui. Ist er jetzt gestorben, oder? Okay. Ich glaube, das Spiel wird noch sehr böse, auch mit neuen Moves und so. Und warum kann ich da jetzt das Herz nicht rausnehmen? Okay, da geht's nicht. Ach so, Munition tut er automatisch aufhalten. Äh, aufhalten. Nein, aufhalten. Ich meine aufheben. So kann ich irgendwie das Auto nehmen, oder so? Leider nicht. Das wäre doch mal ziemlich gut. Sie irgendwie auch versteckte Sachen, weiß ich leider auch noch nicht. Äh, hier. Ah, toll. So, hier war, ich glaube, noch ein Herz. Okay, das sind Freunde. So, verfolge die Angriffe in die U-Bahn. Okay, nehmen wir mal hier. Das Ding. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, wir hätten sogar zumindest mal einen Schwierigkeitsgrad zu höher stellen können. So schwer ist es ja jetzt auch nicht. Vor allem, wenn man dann immer so mit dem Schild rumrennt. Okay, ich denke jetzt mal, dass wir nicht immer hier auf Straßen rumrennen und Schilder nehmen können. Aber egal. So, up in die U-Bahn. Ähm, up in die U-Bahn. Okay. Okay.